SURE FUNK 6 So, Basti, einmal bitte Ähm, ich geb dir nochmal das hier für die Potions Genau, danke Kriegst du das nochmal? Und wie gesagt Hat jemand 3 Holz? Hat jemand 3 Holz? Äh, hat jemand, oh ich hab ja gar keine Schlitzhacke Come on Basti, mir fällt gerade auf, wir haben ja gar keinen Kommel Ey Bruder, ich werd für flying gekickt Der hättest, glaub ich, aufgekickt Ja, schreibt mal im Chat, dass manche Leute einfach gekickt werden, Fabo Weil das Einzige drin, der hier drin ist Ne, Simon hat's eh schon gecheckt, der schreibt eh schon im Chat Bin auch weg Aber Bruder, es ist aber jeden Tag was, ne? Prost, was geht, Junge Und, äh, zack, was ist los, ne? Fakefall gleich tot Soll ich die Herren rufen? Mh, ne, wartet schon Oh mein Gott Holy, ich hab grad gedacht, Alter Okay, da vorne, wer ist, da vorne ist Phoenix und so Ja, und irgendwie da Junge Armee Warte, lass mal weg hier, lass mal weg hier Ja, lass mal ein bisschen weg Wir lassen die Feinden, also wir sollen jetzt nicht denken, dass wir gegen die da Ja, achso, warum Ja, ich krieg halt Bock So, wer hat den Brewing Stand jetzt? Ich Hier Na, Junge Max, willst du mir dein, äh, Ding geben? Digga, ey, wir können grad nicht Ich hol's, ich hol's, ich hol's Oh mein Gott, das hat auf mich Agro Jungs Können wir hier nicht? Kriegel auf die Dier, schöne, äh Kann, kann vielleicht jemand, äh, mir noch das Zuckerro geben und dann, please, ähm Vielleicht, wir brauchen echt ein bisschen mehr Holz und einfach mal Blöcke fahren und so, dass wir echt mal ein bisschen Hugo, hast du das Zuckerro mitgenommen? Ja, ich hab's gesehen Oh, ich würd Quick Charge bekommen und Piercing 4 Guck mal, was du bekommst Mach Quick Charge Ich krieg auch Quick Charge 2, aber 2 Ich hab, ich hab auch 30 Level Versuch mal, was sie auf dem Blüscher bekommen Soll ich Quick Charge 2 drauf machen? Hm, aber da ist dann kein Piercing drauf, oder? Weiß ich nicht, stehen bei dir zwei Sachen da? Ne, aber wenn du Lack hast Ne, aber der ist jetzt dir, oder? Und Pott 3 Rüh auf Schuhe, soll ich machen, oder nicht? Ja klar Ja, aber nichts Pott 4 Pott 4 kannst du glaub ich nicht bekommen durch Level 6 Junge Was, ich hab jetzt aber gar nichts mehr Dank, du kannst einen Bogen haben, ey Ach man Was ist auf dem Bogen drauf? Power 3 Na hier Ich kann nicht mehr enchanten jetzt Soll ich mir einen Power 4 Bogen machen? Dank Armo Würde ich machen Max, ich kann nicht, ich hab das immer 2 Level Ich könnt dir gönnen Max, wie viel Level hast du? Ja, 31 Ja hier, Helm enchanten Fabo, machst du mit denen dann bitte? Ja, ja, ich kann nicht machen Ja, ich würd Pro 3 bekommen, soll ich Pro 3 nehmen? Würde, ich hab auch gemacht jetzt Ja, Pro 3 Aqua 4 ziehen Okay Jungs, ich guck jetzt was ich auf nem Eisenschwert bekomme, ne? Da kannst du den kurz weg von dem Blüscher ziehen Ja, den würd ich auch freuen kurz Ich mach mir jetzt Charme des 4 Eisenschwert, ne? Jojo Jungs, ich hab noch Looting 2 und Sweeping Edge Oh, Sweeping Edge ist schwierig Haben wir noch Zuckerrohr? Haben wir noch Zuckerrohr? Tränke ab Wollen wir haben Ich danke dir, weil die aus dem Wasser raus müssen Ich will jetzt Mal kicken Oder wollen die was von uns? Gerade? Oh mein Gott Wreckage Das ist einfach krass Äh, ja Jungs, das mal ein bisschen von Weil jetzt nicht diese Bergmann Truppe Und pass mal auf mit dem Wasser, ne? Hier so Ist halt voll gut Ja Moin Oh mein Gott Also Wie lange hast du Poison? Ja Moin Solange du irgendwie wieder drin bist, oder was? Ja Junge, also ungefähr Hä, seit wann ist das so? Oder? Also, ihr würd Loot drops, weil Ja, ich würd Loot drops, ja Was denn? Ich hab zwei Dogos Und jetzt machen sie ein Kind Jaaaa Wie viel Level hast du bekommen? Tausend Wie viel kommen denn da? Ah, da hinten sind welche Da hinten sind welche Wer? Ähh Mein Name Der Zombie Dann kommt die Jungs Können wir danach mit Speed 2? Wollen wir jetzt speeden? Weiß nicht Ja, wir sind jetzt Die splitten sich Wollen wir rauf? Ja, lasst speeden, oder? Ich spiele, ich spiele Und nicht springen Schön Oh, sorry Basti Hat viel Gedämmsch gemacht Was? Nice Hugo, lass mal fighten Aber du kämpfst nur gegen meine Hunde, okay? User joined your channel So? Yo Also die suchen wir noch Und dann Mal gucken Oh mein Gott, ne Kettenhose Wisst ihr wie selten das ist? Ja, das ist krank Kannst du mit Cobblestones mit dabei machen In 1.14 Hey, jetzt für real? Ansonsten kann ich sagen Wenn es euch gefallen hat Die sechste Episode Suho Dann lasst gerne eine positive Bewertung da Morgen geht es weiter Ähm Das ist schon vorbei Ja Ein bisschen Action, leider wieder ein paar Schwierigkeiten Aber wir haben nochmal das Beste draus gemacht Simon Unge Schöne Folge Wuuu Simon Nice Schönes Ding Gute Folge Jo, was geht Jungs? Der Masterplan hat begonnen Denn ich habe jetzt diese Hunde Werde die so oft vermehren Dass ich 1000 Stück habe Und dann gewinnt die einfach für mich 200 DQ By the way Dankeschön für 47k Ähm 48k Vollzumachen wäre zu hart Deswegen Folgt mir einfach auf Fenster Oder lasst einen Comment Und ein Like da Bye Bye Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bye Bis zum nächsten Mal